Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel Vampire the Masquerade Bloodlines Leider weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss und ich habe auch noch mal einiges auf. Wer bist denn du eigentlich? Töte ihn einfach Oh, scheiße Scheiße, hätte ich vielleicht nicht Oh Gott, nicht tun sollen Ich habe das wieder aufgefüllt, ich habe nämlich noch mal bis hier noch mal neu gespielt und mir auch noch mal ein paar Bloodpacks geholt weil das geht mir halt, also was heißt ein paar Eins Habe ich noch Oh, muss ich hin, ey Hello Damit ich wenigstens irgendwas Alter Junge Schlitz-Schlitz oder was Komm her, hier Aber wir müssen das eigentlich nur beibehalten Immer schön saufen Und hoffentlich kommen wir irgendwann auch irgendwo an Das Lol Lol Den mache ich lieber so Oh ne, als ob der das überlebt hat Fuck you, Alter Äh, okay Ähm, Blutheilung Aktiviert Alter, ich bin Komplett lost, Alter Ich bin richtig lost Hallo Hä? Wo hat er denn geschossen jetzt? Hallo Okay, irgendwo schießt einer Aber Nobody knows Wo Oh, komm her Wir hören vorher auf Nicht, dass der ausschlippt Weil ich nochmal Menschlichkeit Das war auch doof Außer der attackt mich dann Äh Ne Scheiße Einzige Oh, hier geht's weiter runter Das einzige, wo ich jetzt nicht ganz so klug war Ist, ich hab mir keine neue Munition geholt Nun ja Wir speichern mal Ich weiß nicht, ob Shadowplay dann weiter aufnimmt Ich hoffe ja Hallo Oh, nee, Alter Ah, wie? Das erinnert mich an Oh Ich speichern nochmal Also Sicher ist ja sicher, ne So Äh, 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 was soll das denn jetzt? Blöde Warum kann ich mir die nicht Wollen wir sehen? Die können zaubern Ich auch Äh Äh Entschieden Ja Nö Bin ich auch mal weg, du Ruhig auch mein Schwert raus Ist die tot? Keine Ahnung Alter Was halten die denn aus? Ist ja eglisch Oh, nee Alter Wer ist er denn? Ein Zaubererboy Warte, mein letztes Blutpaketchen Oh, fuck, Alter Wie mein, ich gehe kaputt? Auf Entfernung Weiß nicht Oh, Mann, ey Er ist da zum Kotzen Ja Nee, falsch Warte Falsch Wir nehmen mal die 25 Schuss Gut, die ist tot Nice Noch ein bisschen an ihn ran Den machen wir mal weg Weil der nervt Äh Hi Ich habe ein Problem Okay, ist gut Kein Problem Alter Mach Okay Hä? Blöde Kann ich das in einem Einsatz Nicht Befürchte Nicht Doch Meisterlich Jetzt habe ich natürlich Ein anderes Problem Speichern Immer wieder speichern Ich bin tot Okay, der kommt her Den kann ich erstmal Den kann ich leersacken Bei ihm ist kein Thema Hoffe ich Bringt halt leider auch nicht so viel Och nee, Alter Was ist denn mit dir los, Junge? Bist du blöd, oder was? Ey, das ist ein Schießtyp Behind the door Ja, geil, leider Oh Na ja, gut, dann so Auch cool Als ob der das überlebt hat Glaubst du halt Dann halt so Och Mann, Alter Da kriegst du doch echt Oh nee, Alter Nicht so einer Die sind immer gefährlich Boah, Alter Jo Warte mal kurz Lass mich mal was probieren Kann ich den Ah Ich weiß es nicht so genau Man müsste gucken Oh Ich will wissen, ob ich die auslutschen kann, Alter Ha Funktioniert Geil Dann lutsche ich den nämlich aus I need Blutbedarf Alter, an ihm komme ich ja gar nicht anders ran Doch So So Geil Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin Ich weiß nämlich nicht Da ist noch einer, den ich auslutschen kann Geil Lass mich da rein Mano Und überwindebar Okay Kann man nicht öffnen Nun Dann durch die Zaubertür Was ist das so Och nee, Alter Oh, shit Ich kann bei dem das nicht machen Ich hab Verdunklung an Oh, lebt mich am Arsch Oh, nee Jetzt bin ich hier auch noch voll geblockt, oder was Ist ja zum Kotzen Okay, die Waffe ist useless Hä Okay Ah, hab ich aufgesammelt Wahrscheinlich Wut Die bringt mir nicht sehr viel, die Waffe Aber Hallo Schön, sie kennenzulernen So, wir lassen den am Leben Ich möchte keine Menschlichkeit verlieren Aber wo muss ich jetzt hin, hier? Ist hier irgendwie ein Loch im Boden Oder irgendwas? Nee Na gut Dann Hab ich keine Ahnung, wo ich hin muss Macht aber auch nichts So, das ist ja eine Zaubertür Da kann man einfach durch Hier ist nix Und hier geht's ja auch nicht weiter Scheiße Aber die Waffe Warum waren die hier? Das ist die große Frage Hm Ah Oh nee, Alter Den erstmal aussaugen Einfach weiter trinken Jetzt lass mich doch mal hier raus, Alter Mann Weg Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Oh Gott Oh fuck Die machen halt Ekelhaften Schaden, ne? Mann Jetzt hab ich aber davor gespeichert Was auch kacke ist Du, komm mal her So, den lutschen wir mal aus Den lutschen wir auch aus Dass ich den mit der Schrotze nicht auslutschen kann Nervt ein bisschen Na mal gut Boah, Alter Oh nein, Alter Ich bin gleich wieder tot Shit Er wird mich ja verfolgen Deswegen Ich geh mal ein bisschen weg von ihm Oder? Doch nicht Hä? Hä? Wo ist der hin, Alter? Und da hab ich ihn doch getötet Hat es gereicht? Hallo Pff Wär jetzt nicht schlimm Wäre jetzt nicht so schlimm Hi Ich muss generell jetzt einfach auch öfter speichern Weil ich schneller sterben kann Das wäre doof Das wäre halt echt ungünstig Ach Junge, halt die Schnauze Oh ey Muss unbedingt mein ganzes Money spenden In neue tolle Dinge War das hier? Ne, das war da hinten Ne, ach, keine Ahnung Ist ja auch egal Hier kommen auch nochmal ein paar Boys Und Girls Oh nee, Alter Schon wieder Verdunklung an, ne? Der Schlitt aber auch nicht, der Typ Lol Ey, meinst du von denen sind so fix, ne? Krass Ach, ich weiß nicht Muss nochmal gucken, wo das war Ich weiß es nicht genau Hier nach auf jeden Fall erstmal speichern So, du kannst am Leben bleiben Speichern Wichtig Wo war das? War das hier drin? Ja Oh, das ist zum Kotzen Lol, okay Hat gereicht Ja, komm her Wo rennt der hin? Na gut Dann egal Wer schießt denn da? Oh Ja, genau Der tötet mich Ist klar, Alter Ich hab kein Blut mehr Fick mich doch ins Knie Ich bin gleich tot Fuck Okay Speichern Ganz oft speichern Oh nee Das sind wieder mehrere von denen Am besten eigentlich Jetzt mit Verdunkeln Ein bisschen arbeiten, ne? Nah ran Weg Snaggeln Und dann ist cool Ist er tot? Fuck you Als ob ich da nicht durchkomme Oh nee, Alter Es bringt Oh nee Mich kann man sehen Warum kann man mich sehen? Sicherlich Ich komm da nicht hin Och Mann Und den kann man glaube ich nicht auslutschen Okay Ich bin tot Also die macht zwar jetzt mehr Damage Aber gegen so einen Werwolf Hab ich trotzdem glaube ich keine Schnitte Hallo Ich bin tot Fuck Ungünstiger Zeitpunkt Ungünstiger Zeitpunkt Äh Es ist ab Ist der tot, Alter? Wohin Äh, ja Och nee, Alter Go away Please Oh scheiße Und kann ich den nicht nachlassen Achso, das sind 32 Könnten ins Magazin Aber hab ich nicht Ja Ein Fakt Können wir klappen? Ich glaub eher nicht Obwohl, warte mal Ich kann mich ja noch heilen, Alter Oh Gott Okay, jetzt hab ich Blutbedarf Fuck, Alter Ich hab ein Problem Ein großes, großes Problem Ich hab ehrlich gesagt gehofft, dass ich mehr Leute auch zwischendurch mal auslutschen kann Aber wenn ich den jetzt angreife, dann hab ich aber mal so Ein richtiges Problem, ne? Okay Warte mal Speichern Drei Schuss Ja gut, das ist jetzt nicht sehr viel Das Problem ist Ein, zweimal treffen und ich bin tot Lutsch Lutsch, 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 lutsch Was machst du denn? Och, leck mich am Arsch Jetzt hört ihr einfach auf zu lutschen, Alter Warum? Also Sorry Ist ja kein Porno hier Noch nie, Alter Schlechter Start Oh, renn doch Alter, guck dir das an, was der für eine Links überwinden kann Jetzt bin ich hier im Klo drin Ich hab kein Ne, so hab ich keine Chance, Alter Scheiße Lol, das klappt Okay Mann Ach, als ob ich da nicht durchkomme Fuck you, Alter Jetzt Ja gut Ich könnte Aber warte mal Ich probier mal was Nur mal So aus Spaß Danach ist die Folge eh vorbei Ne, das nicht Verdunkeln Und nochmal laden Ich möchte mal gern Kann ich an dem vorbei Einen aussaugen Und mich dann um ihn kümmern Das wär halt ein Traum, ne? Ach, scheiße Die stehen direkt gegenüber Das ist natürlich jetzt ärgerlich Weg Ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert Jawohl Nice Ich kann das jetzt nicht mehr einsetzen Ärgerlich Aber die sind weg Ich sollte, glaube ich Also ich weiß jetzt, okay Es funktioniert so Schon mal sehr gut Uh, da ist noch so einer Warte mal Versuchen, das mal aufzumachen Wird wahrscheinlich nicht klappen Scheiße, Alter Ärgerlich Ärgerlich Oh nie, Alter Not you Oh nie, der hat eine Pumpkun Das ist jetzt doof Aber ich hab volles Leben Naja Ich bleib bei dir Leute, er kommt da an gerannt, du Im Sause-Schritt Oh Gott, drei Stück von denen Leck mich da am Arsch Als ob er mich trifft Ich bin tot Warum lebt denn der immer nur eine Von diesen scheiß Munitionskackdingern nach Ah, jetzt bin ich tot Der trifft mich ja Obwohl er nicht mal in ihrem Raum steht Er trifft mich trotzdem Das ist behindert Ich hab nicht gespeichert Mann, nochmal laden Die dürfen mich halt auch nicht sehen dabei Sonst ist das scheiße Mann, warum sehen die mich denn jetzt immer? Das direkt mal einen Schritt nach hinten machen? Das bringt ja auch nichts Oh nie Saug ihn aus Dreckshure Mann, Alter, warum? Was ist denn das für eine Kacke? Warum sehen die mich denn jetzt? Schon wieder Gerade die ganze Zeit Haben sie mich nicht gesehen Jetzt auf einmal tun sie's Ach, kannst du doch knicken, Alter So Macht halt keinen Sinn, ne? Muss irgendwo hin, wo der mich nicht sieht Jetzt bin ich halt auch mega weit weg, ne? Scheiße Schön in ihm vorbeilaufen La 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 Kann ich ihn auch einfach ignorieren Don't give a fuck Ruhe Jetzt steht er da hinten rum Soll mir doch egal sein Oh Als ob er mich nicht sieht Oh gut Da der mir nochmal hinterherkommt Tönen wir ihn jetzt Jetzt Ignorieren den Gehen hier hin Ja, das Problem ist Die sind, glaube ich Sensitive Und funktioniert das nicht, Alter Ja, komm Meine Fresse Na gut, jetzt haben die mich natürlich gesehen Ist ein bisschen doof Aber Hey Unterhaltung hat noch funktioniert Geil Ich finde das so behindert, dass die mich treffen Obwohl ich hinter irgendwas stehe So Arschloch Oh fuck Out of money Warte Nein Na gut, dann doch Hallo Ja, sehr gut Saug ihn aus Perfekt Super Also ist wirklich gut Ich weiß nur nicht, wo ich stehe Jetzt stehe ich halt beschissen eigentlich Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das ist doch zu viel für meine Nerven Vor allem, dass manche das einfach überleben ist Zum Kotzen Als ob der mich trifft Also mit der mache ich mehr Schaden auf die Distanz Aber ich würde sagen, das war sehr nervenaufragend Bis hier soll es das erstmal gewesen sein In der nächsten Folge geht es weiter Ich hoffe, ich weiß ja, was hier der Endgegner ist Und ich werde richtig verkacken Ich habe kein Blut Ich habe keine Munition Es wird schwierig Sagen wir es mal so Ich bedanke mich auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal